Ich bin ECM eingesetzt und hi. Ja, ich grüße dich. Pusteblume, wir wollen das Achievement haben. Wie heißt das denn? No Witnesses, glaube ich, ne? Alle Wache umpusten ohne ECM. ECM, genau. Sonst kriegen wir das Achievement halt nicht. Hätte schneller schießen sollen. Nächstes Mal einfach schneller schießen. Ja, das kommt einfach. Du glaubst gar nicht, wie viele höhere gelevelt es gibt, die sich nicht trauen, um Stealth einen abzuknallen. Oh. Ja gut. Ich meine, mit meinen fast 1600 Stunden, welche ich mir sogar schon geknackt habe, habe schon ein bisschen was gesehen in dem Spiel. Boah. Dafür habe ich viel zu wenig gesehen vom Spiel. 1000 extra Stunden sind schon ordentlich. So, zack. Ich bleib lieber bei euch einfach und... A1. Ich lauf einfach. So, Keycard habe ich. Ich glaube, es könnte jemanden sein, den wir später noch benutzen können. Zwei. Äh, steht keine Musik. A1. Ich glaube, die Musik, die ist cool. Da gibt es die Keycards. Weil überall, wo du Geräusche hörst, sei es die Säge, sei es die Torch, sei es das Radio, sei es das Piepen des Servers, findest du ein Item, was du brauchst. Gesundheit. Danke. Äh, müsste hier noch einer sein. Habt ihr noch Palette der Heist gespielt? Äh, ich hab's mal gespielt, aber ich find's nicht so gut. So, unten sind alle weg. Ah, ist... Ganz lustig. Gab's auch in der E-Mission, gab's auch so einen Partyraum mit der Musik. So richtig cool. So, das sind drei Pager. Ich kann ja bei der Musik bleiben und Musik hören. Ah, das ist die Torch. Ganz hinten ist die Torch. Und da hinten ist die Säge. Oh, das war der Zivi. Ich hab gedacht. Ah, kurz rum. Oh, man, 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 man. Skoll, Sabrina. Prosit. Ich gön mir mal ein bisschen Musik, wenn's reicht ist. Nee, Tamid ist hier. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, da hinten. Ich lass mal Musik gönnen. Das ist schön. Oh, komm, Paar. Oh, pass auf, pass auf. Pass auf, wenn du reinkommst, hier laufen wir zwei Lachen vorbei. Zwei Lachen vorbei, ja. Erwachen. So rum. Ja, zwei. So, dann spart ich gleich mal eben hier hin. Au. Ist eigentlich die Bummel drinne? Na, in der ersten war sie nicht dran. Alles klar. Ich brauch die da längs. Oh, das ist eine Kamera. Ah, ich brauch die Paste. Fuck. Ich glaub, die Paste, wo bist du denn? Pass auf, da sind Laser-Tuschranken, ne? Jo. Ich guck schon mal weiter. Alter, wie weit man rennen muss, damit die Drohne einen nicht mehr sieht, ey. Krass. Au. Boom. Okay, wunderbar. Ich bin hier. Ich bin hier noch. Ich bin hier noch. So. Ja, damit. Wie viele Pager hatten wir jetzt schon? Drei erst, ne? Ich mach einen sicheren Weg, ihr mal quer unten durch. Ja, geht lieber auf einen. Ja, drei Pager haben wir erst. Sicher. Also, ich hab oben keinen mehr geknallt. Du hast einen, oder? Ja. Dann gehen wir einfach mal von vier aus. Obwohl, warte, der... Doch, doch, du hast einen hier unbedingt. In der Tasche. Du hast doch Hoxha dann, oder? Geh ich nicht. Ah. Ich hab... Das noch. Okay. Annehmen. Okay. Kannst weiter suchen. So, jetzt müssen wir irgendwie alle wegknallen. Ja, wir brauchen noch den zweiten Bombenpart. Ding, such weiter. Ich bleib hier unten. Oh, pass auf, da kommt, da geht eine Drohne an. Oh. Ne, da, da, wo? Ah! Ja, jetzt filmt's. Weiter. Komm schon, wir schaffen das. Hier hinten ist... Nix. Super, ich häng hier unterm Zug fest, ey. Fuck. Ich hab sogar zwei Arten von Wasser. Kalt und warm. Hast du einen Wasserspender, oder was? Ich hab noch zwei Arten von Wasser. Ich hab noch zwei Arten. Weiter hab ich's Glück, ey. Ich glaub, hier bei mir ist das letzte Panel. Ja, hoff ich mal. Hier ist nichts. Ja, Panel ist aber auf der anderen Seite. Warte mal, hier hinten. Hier ist das Panel. Die Flucht ist dann beim Boot, oder auch oben? Die Flucht ist dann beim Boot. Alles klar. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die Flucht ist dann plötzlich vor meinem Gesicht. Ich find's auch schön, dass die Wachen jetzt einfach nicht merken, dass plötzlich so eine Riesentür auf ist. Ja, ne? Ja, überhaupt nicht. So, ich hab den letzten Teil. Jetzt. Musst du mal auf dem Weg ein Po umknallen, oder? Na, ich weiß nicht, wie viele Pager wir noch haben, deshalb. Keinen. Ich bin ziemlich sicher, weil unten haben wir keine Tasche weggenommen und hier oben liegende Menschen-Tasche. Gut, wir sichern jetzt erstmal das Ding. Sind unten immer drei Wachen? Ja. Da hab ich mir gar keinen mehr haben. So. Salim, du stellst dich bitte schon mal auf den Fluchtpunkt. Und dann springen wir gleich von oben einfach runter. War nicht klar. Okay, wir gucken jetzt erstmal, wo die alle sind. Ui. Soll ich jetzt kurz wegschießen? Ja, wir müssen jetzt alle Wachen umbringen. Oh. So, ich hab schon eine Wache. Wenn nicht, schieß du oben die Kamera kaputt. Ich hab auch schon zwei Kameras weggegangen. Los. Ja, ich weiß nicht, wo nach andere Wachen. Okay, los geht's. Los. Ja, ich hab die Wache. Rennen hab ich. Brennen, das ist einer. Den hole ich noch. Wappen? Wisst du noch welcher? Okay, wir müssen alle haben. Los geht's. Wir haben alle. Ah, nee. Jetzt haben wir alle. Los, 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 komm. Rennen. Lass du. Springen rüber. Rennen. Ja, wir haben alle. Ja, ha, ha. Ja, ha. Ja, ha. Fuck, ich hab dich so.